Guten Morgen Leute! Wir haben 10 Uhr morgens in Wuppertal. Ich freue mich den fetten Keks heute. Wir fahren nach Duisburg. Wir fahren zu den Finalläufen des ersten Rennens der Saison auf dem Racetrack. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Also bleibt daran und nach dem Intro geht es weiter für euch. So mein Freund, wir sind fast da. Wie ihr seht, das Wetter spielt mit, Sonne scheint. Hoffentlich auch lange genug. Und wir sind in Sichtweite des Vereins. Kommen wir gleich zu. Aber nur eine Kleinigkeit, bevor das Hauptvideo anfängt, möchte ich gerne ein Kommentar von euch. Ich habe jetzt Gedenke öfters mal ein bisschen beizukommentieren mit meinem Face. Natürlich dann auch rasiert beim nächsten Mal. Und dementsprechend möchte ich gerne, was ihr davon haltet. Also tut es bitte mal. Weil ihr seid mit dabei, wenn ich an meinen Videos arbeite. Moment. Ja, okay. Ja. Also, die Spaß beim Video. Und jetzt habe ich nur noch eins zu sagen. Und zwar ist das. Wartet. Willkommen beim RCAT Duisburg. Fünf. Vier. Start. der Da. B quarter, die F forcé. pour Bereits ein solättees Gitsche. Fünf. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.